Stell dir vor, du könntest deine tiefsten, größten Ängste überwinden. Stell dir vor, es gäbe eine Möglichkeit, wie du tatsächlich tiefes, starkes, festes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufbauen kannst. Das schauen wir uns in dieser Folge an. Angst, Hass, Krieg, Terror, Panik, was noch, all das, damit bist du wahrscheinlich die ganze Zeit umgeben. Das machst du Radio, Fernsehen, Internet an, bekommst du das die ganze Zeit mit. In irgendeiner Form wirst du konfrontiert mit Angst. Warum? Weil Angst dich gefügig macht. Angst sorgt dafür, dass du Gefahr siehst. Angst sorgt dafür, dass du, wenn wir Gefahr sehen, dann entsprechend wollen wir danach handeln, weil diese Gefahr könnte entsprechend eine Gefahr für unser Überleben sein. Das ist auch der Grund, und wenn du diesen Podcast hier schon länger hörst, dann wirst du wahrscheinlich auch schon vom Ego gehört haben. Dann wirst du wahrscheinlich auch davon gehört haben, wie das Ego entsprechend dich dazu bringt, Dinge zu tun, die du vielleicht gar nicht tun möchtest oder beziehungsweise dich an deiner Entwicklung zu hindern. Zum Beispiel, indem du Angst hast, auf eine gewisse Frau zuzugehen, indem du Angst hast, dir anzusprechen, indem du Angst hast, deine Gefühle zu äußern, indem du Angst hast, einfach dich zu zeigen. Und das alles ist Separation. Und damit übrigens auch mal herzlich willkommen zu einer weiteren Selbstbewusstsein-Spezialfolge. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann tue das direkt, damit du nicht nur die Selbstbewusstsein-Spezialfolgen, die regelmäßig, unregelmäßig erscheinen, ich glaube eigentlich schon regelmäßig, nicht verpasst, sondern auch unsere anderen Podcast-Episoden mit Andi und mir. So, aber Angst ist ein Gefühl, das so weit vorherrscht oder das so weit verbreitet ist und auch in deinem Leben sehr weit verbreitet ist, obwohl du dir darüber vielleicht gar nicht bewusst bist. Wir kennen zum Beispiel Angst, also Angst erstmal ist eine Emotion, ein Bewusstseinszustand vielmehr, der trennt, der dich einfach von der Trennung sieht überall, der suggeriert, dass du getrennt bist von deiner Umgebung, dass du getrennt bist von anderen Menschen. Was das genau bedeutet, darauf gehe ich in der Folge Schritt für Schritt ein bisschen mehr ein. Aber wo siehst du zum Beispiel Angst unter anderem in deinem Leben? Weil es ist ja nicht so, als ob du aus dem Haus gehst und dann überall irgendwie Furcht vor allem hast oder Panik siehst oder entsprechend dann irgendwie eine Angstattacke hast und so weiter. Was übrigens auch eine sehr interessante Sache ist, dass so viele Menschen das mittlerweile haben. Wie kann das denn sein, dass so viele Menschen jetzt mittlerweile unter Panik, Angstattacken und so weiter leiden und die haben? Da muss doch irgendetwas fehlen in diesen Menschen. Und was das genau ist, wir es doch im Laufe dieser Folge sehen. Aber es ist unter anderem Teil des Separationsgedanken, Teil des Gedanken, dass wir getrennt sind von irgendwem anders. So, aber wo siehst du zum Beispiel die Angst? Weil wie gesagt, du läufst ja nicht rum und hast vor allem Angst oder kommt ein Bus um die Ecke, oh Hilfe, Hilfe. Das ist ja nicht so. Du siehst Angst hauptsächlich wahrscheinlich in deinem Leben darin, dass du wütend wirst. Du wirst wütend über deine Nachbarn, weil die schon wieder nach 22 Uhr Musik gespielt haben. Du wirst wütend darüber, dass du immer noch alleine bist. Du wirst wütend darüber, dass irgendjemand dir den letzten Parkplatz weggenommen hat und so weiter. All das, worüber du wütend wirst, all das, was dich emotional triggert, also entsprechend eine Emotion in dir, eine Reaktion in dir auslöst, eine emotionale Reaktion in dir auslöst und die wahrscheinlich auf Wutbasis, auf Aggression läuft, all das ist Angst. Wut hat immer Basis als Angst. Immer. Immer. Weil, du kannst dir das so vorstellen, du warst vielleicht mal, also das ist ein Beispiel, das mir damals so aufgefallen ist oder rückblickend aufgefallen ist und du warst wahrscheinlich damals auch in irgendeiner Form als Kind mit anderen Kindern umgeben. Und ich erinnere mich daran, so ein dunkler Gedanke, ich war im Kindergarten und wurde von anderen Kindern geschubst. So, die ganze Zeit über. Und ich erinnere mich dann daran, dass ich dann wütend wurde und dann um mich geschlagen habe. Ich weiß nicht mehr, ob ich dann Ärger bekommen habe und so weiter, ist aber auch völlig egal. Und aber eine ähnliche Situation kennst du wahrscheinlich auch. Oder du kannst dir vorstellen, wie wenn du geschubst wirst, ab irgendeinem Zeitpunkt oder wahrscheinlich sehr schnell sogar, wirst du in irgendeiner Form wütend. Wut ist die Reaktion deines Körpers auf Kontrollverlust. Was ist Kontrollverlust? Also auf eine entsprechende Wut ist die Reaktion deines Körpers auf Ohnmacht und Ohnmacht ist entsprechend die Machtlosigkeit. Und Machtlosigkeit ist ein anderes Wort für Kontrollverlust. Wo siehst du entsprechend auch in deinem Leben oder beziehungsweise wenn du dir andere Wesen, andere Lebewesen anschaust oder auch entsprechend dir vorstellst, wie es vielleicht damals war, als Jäger und Sammler in deiner Umgebung unterwegs zu sein. Wo siehst du Machtlosigkeit? Wo siehst du Kontrollverlust? Wahrscheinlich dann, wenn irgendwo in deiner Situation, in deiner Umgebung, in deiner, ja, in deiner Situation, in deiner Umgebung irgendetwas nicht kontrollierbar war. Entsprechend ein Vulkanausbruch. Oder du bist mit Jagdkollegen unterwegs gewesen und plötzlich kommt ein Tiger aus dem Busch und frisst deinen Jagdkollegen. Das ist nicht so kontrollierbar gewesen und entsprechend hast du dadurch gelernt, Angst vor dem Unbekannten zu haben. Wenn du das halt nicht schon vorher als andere Evolutionsstufe gelernt hast. Und das heißt, dieser Kontrollverlust, beziehungsweise auch diese Wut, die du spürst, ist entsprechend eine Reaktion auf Kontrollverlust. Weil Wut hat so eine explosive Natur, eine explosive energetische, emotionale Natur, dass sie uns in irgendeiner Form suggeriert, dass wir jetzt wieder Kontrolle über uns haben. Allein dadurch, dass wir jetzt plötzlich kämpfen, fliehen, wahrscheinlich nicht uns totstellen, aber kämpfen und fliehen. Und dieses Kämpfen und das Fliehen hat, wie gesagt, diese explosive Natur. Und weil wir halt entsprechend zum Beispiel dann jemandem einen auf die Nase geben oder weil wir entsprechend wegrennen, suggeriert es uns, dass wir die Kontrolle wieder über uns haben. Aber das macht die Angst nicht weg. Es ist dann entsprechend die, es ist einfach nur die körperliche Reaktion da drauf, uns jetzt massiv viel Energie zur Verfügung zu stellen, damit wir unser Überleben retten. Und das ist das Stichwort, Überleben. Weil Angst, mit der Angst bist du im Überlebensmodus. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge mal eine Folge darüber über die verschiedenen Ebenen, über die verschiedenen Bewusstseinszustände, Bewusstseinsebenen mal sprechen, damit auch über die Emotionen sprechen, damit das hier vielleicht auch gerade noch ein bisschen mehr Sinn macht. Ich versuche es trotzdem zu erklären und dennoch kurz zu halten. Es gibt entsprechend einige Emotionen, also alle Emotionen, alle Bewusstseinszustände, die wir spüren können, unterliegen einem Spektrum. Und die, die am niedrigsten schwingen auf diesem Spektrum, das sind die, die wir als Emotionen oder Bewusstseinszustände des Überlebensmodus zuordnen. Es gibt den Überlebensmodus und die positiven Gefühle, also die wir als positiv erachten, es gibt halt in den Emotionen keine positiven und keine negativen, es gibt halt nur Valenzen. Valenzen und das bedeutet, also eine negative Emotion, die wir betrachten, zum Beispiel Wut oder Angst, kann immer noch eine positive sein, wenn ich aus der Emotion von Schuld, Scham oder Depression komme. Dann ist Angst und Wut viel, viel besser. Aber wenn ich aus der Emotion von Freude und Liebe komme, dann ist Angst und Wut eher negativ. So, also daher gibt es keine positiven, keine negativen, es gibt immer nur den Blickwinkel von wo wir gerade sind, von wo wir schauen. So, aber es gibt entsprechend dann die negativen, die wir als negativ beschreiben, die Emotionen, die sind zwischen entsprechend Scham und Stolz und das sind die trennenden Emotionen, das sind die Emotionen, bei denen wir im Überlebensmodus sind. Und dann gibt es die Emotionen, in denen wir im Erschaffungsmodus sind, das sind dann die Emotionen von Neutralität, von Langeweile bis hin zu, wenn du so möchtest, Liebe, Freude, Erleuchtung, Friede, Freude, Eierkuchen im Prinzip. So, das sind die Emotionen oder Bewusstseinszustände, die nicht im Überlebensmodus, sondern im Erschaffungsmodus zugeordnet sind. Und wenn wir entsprechend im Überlebensmodus sind und entsprechend dann diese, also wir sind im Überlebensmodus, weil wir diese Machtlosigkeit, diese Ohnmacht spüren, irgendetwas anderes hat die Kontrolle über uns. Und jetzt klicken vielleicht schon die ersten Glühbirnen in deinem Kopf. Das bedeutet so, wenn irgendwie jemand anderes Kontrolle über uns hat, sind wir im Überlebensmodus. Und wenn ich irgendwie Nachrichten schaue oder konsumiere in irgendeiner Form und hier und da einfach in irgendeiner Form am Weltgeschehen teilhaben möchte, dann werde ich damit konfrontiert, dass ich keine Macht habe. Dass jemand anderes über mich entscheidet. Dass irgendetwas Großartiges, also großartig nicht, eher so negativ großartig, irgendwo auf der Welt passiert, ich habe keinerlei Einfluss da drauf und ich bin einfach nur eine Schachfigur auf dem Spielbrett und kann einfach nichts machen und muss mich einfach dem Ganzen hingeben, was passiert. Das wird dir suggeriert. Es wird dir entsprechend eingetrichtert durch, ich möchte gar nicht in irgendwelche Verschwörungen und Erzählungen reingehen, sondern eher in den Punkt rein, dass da einige, die einfach mitmachen, die gar nicht das besser wissen, dass sie da mitmachen. Weil sie entsprechend einfach ein Narrativ vertreten von weiterhin Trennung. Und diese Trennung, dieses Narrativ sorgt dafür, dass du halt entsprechend überall, dass du überall den Feind siehst, dass du überall siehst, dass du keine Kontrolle, keine Macht über dein Leben hast. Und das im Prinzip führt dich wieder dazu, dass du fünf Jahre alt bist und von deinen, von anderen Kindern geschubst wirst. Du hast ein Ohnmachtsgefühl und dieses Ohnmachtsgefühl, mit diesem Ohnmachtsgefühl reagierst du wieder mit Wut. Und bist dann entsprechend Wut auf irgendwie, auf einen unsichtbaren Feind, auf irgendeine Kreatur, die erschaffen wird, die du niemals zu Gesicht bekommst, die vielleicht auch gar nicht existiert. Es wird eine Gruppe geschaffen, die der Böse ist. Und diese Gruppe muss zerstört werden. Und das ist ja völlig egal, ob das irgendwie auf dem politischen Spektrum ist. Du siehst das, also das ist für mich immer noch so unfassbar, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der Männer und Frauen in irgendeiner Weise einen Geschlechterkrieg miteinander führen. Und sie nicht checken, dass wir im selben Boot sitzen. Dass Männer wie Frauen im selben Boot sitzen. Das ist, da wird mit dem Finger, also keine der beiden Gruppen ist unschuldig, aber jeder der beiden Gruppen könnte das sofort beenden. Und wir auf diesem Kanal und mit uns im Coaching, wir versuchen damit unseren Teil dazu beizutragen, das halt sofort zu beenden, indem wir entsprechend mehr die Gemeinsamkeit, mehr die Liebe in uns allen sehen. Und jedenfalls halt dieses Feindbild zu erschaffen, das sorgt dafür, dass du die ganze Zeit denkst, dieser Feind hat Macht über mich. Der ist der Böse. Wenn dieser Feind, dieses Problem besiegt ist, ja dann habe ich endlich meine Freiheit, die ich möchte. Und das wird halt niemals so sein. Weil, wenn du dich daran erinnerst, also ich bin Ende der 80er geboren und die erste Erinnerung, die ich hatte, war, okay, Waldsterben. Okay, der Russe steht vor der Tür. Okay, dann ist noch hier dieser Krieg und dann ist noch, oder diese Gefahr für diesen Krieg und dann ist noch dieses und jenes und dann ist Terror und dann ist irgendeine Pandemie und dann ist jetzt schon wieder eine Angst vor dem Krieg und so weiter. Es hört halt nie auf. Warum nicht? Weil das einfach ein Geschäft ist, dich in der Angst zu halten. Dich dir zu suggerieren, dass du keinerlei Kontrolle über dein eigenes Leben hast. Und das ist die größte Lüge überhaupt. Und mit dieser Podcast-Episode möchte ich einfach nur die Idee in dir setzen, den Samen in dir setzen. Dass du vielleicht doch viel mehr Kontrolle über dein Leben hättest, als du eigentlich denkst. Denn ich werde dir noch eine, wenn wir jetzt gerade schon über Wut sprechen, gleich noch ein gewisses Mantra mitgeben. Also ein Mantra ist entsprechend eine Zeile, ein Text oder ein Satz, den wir in unserem Kopf immer und immer wiederholen, um eine gewisse, um das Denken entsprechend nicht zuzulassen. Damit unser Kopf, wenn er einfach denkt und entsprechend auf Angst gepolt ist, dann wird er sowieso seine eigenen Rückschlüsse ziehen und die sind nie gut für uns. Und dieses Mantra hat mir extrem geholfen, meine Aggression, meine Wut loszulassen und damit auch meine Angst entsprechend loszulassen. Und das kannst du gerne mal ausprobieren. Und probiere das mal aus für zwei Wochen und dann komm wieder zurück zu diesem Video und schreib mir mal in die Kommentare, wie gut das dir geholfen hat. Und schreib nur dann in die Kommentare, wie gut dir das geholfen hat, wenn du es auch wirklich probiert hast. Nämlich dieses Mantra, und vielleicht muss ich dir dazu gleich noch ein bisschen was erklären, ist, das ist keine Gefahr für mich. Das ist keine Gefahr für mich. Wann sagst du dir selber dieses Mantra in deinem Kopf? Kannst du es auch laut sagen, ich sage es, wiederhole es einfach immer wieder in meinem Kopf. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier gerade wieder getriggert. Was heißt, ich werde getriggert? Ich entscheide mich dazu, getriggert zu werden. Und dann entscheide ich mich aber dazu, nicht getriggert zu werden und diesen Trigger zu überschreiben. Wenn irgendetwas passiert, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal an, die Person vor mir hat wieder keine Umgebungswahrnehmung, keine Umgebung, keine Wahrnehmung darüber, wie viel Platz eigentlich gerade da ist. Im Englischen nennt man das Spatial Awareness. Und ist gerade irgendwie im Supermarkt und die Gänge sind schmal und sie bleibt mitten im Gang stehen und schaut sich die Marmelade an. Und ich will da vorbei. Okay, dann könnte mich das triggern oder ich sage, also triggern im Sinne von, wie kann das sein, dass du da stehst? Hast du keine Wahrnehmung über deine Umgebung? Weißt du nicht, dass andere Menschen auch hier sind und du da völlig mitten im Weg stehst? Du Idiot! So, das könnte ich halt alles sagen. Oder ich sage mir selber, das ist keine Gefahr für mich. Das ist keine Gefahr für mich. Weil ich werde ja wütend darüber. Und Wut hat immer, 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 immer als Basis Angst. Genau. Wut hat als Basis Angst. Wovor habe ich Angst? Angst habe ich doch nur dann, wenn mir eine Gefahr von außen droht. Dass diese Person da steht, ist keine Gefahr für mich. Diese Person gerade mitten im Weg steht, ist keine Gefahr für mich. Das ist keine Gefahr für mich. Und wenn du das machst, bei Situationen, in denen du wütend wirst, in denen du ungeduldig wirst, in denen du vielleicht sogar Angst hast, wo du einfach dann auch diese Angst spürst, zum Beispiel die Angst davor, gerade auf diese Frau zuzugehen und dir wiederholst, das ist keine Gefahr für mich, wirst du sehr schnell sehen, wie diese Angst verschwindet. Weil diese Gefahr von außen existiert nicht und diese Gefahr von außen ist nur eine Interpretation oder eine Empfindung, die in deinem Kopf entstanden ist. aufgrund von Gewohnheiten oder aufgrund von einer Lernerfahrung und dann entsprechend, wenn du es öfter gemacht hast, von Gewohnheiten. Und wenn wir uns generell Angst anschauen, dann glauben wir gerne, dass wir einfach irgendwie durch die Angst durchpreschen müssen. Einfach die Angst überwinden. Ich muss einfach meine Angst überwinden und dann habe ich das Problem gelöst. Aber das ist Widerstand ausüben gegen die Angst. Und um das zu verstehen, schau dir gerne das erste Selbstbewusstseins-Special an. Da geht es um Loslassen und damit auch um Widerstände. Aber um Angst wirklich zu, in Anführungszeichen, zu überwinden, und das ist eigentlich nicht überwinden, sondern wir gehen damit in einen höheren Bewusstseinszustand. Um diese Angst zu überwinden, müssen wir verstehen, was das Gegenteil von Angst ist. Und jetzt wirst du vielleicht wie aus der Pistole geschossen sagen, okay, das Gegenteil von Angst ist Mut. Ja und nein. Mut bedeutet zu handeln trotz deiner Angst. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Weil dadurch siehst du, dass du eigentlich nur Angst vor der Angst hast. Du hast nämlich gar nicht Angst davor, dass die Frau dir irgendwie vielleicht einen Korb gibt oder sowas. Du hast Angst davor, wie sich das anfühlt. Und das ist die Angst vor der Angst. Du hast nicht Angst vor dem Korb selber. Weil wenn du den Korb mal selber bekommst, dann wirst du feststellen, das ist gar nicht so schlimm. Eine Zurückweisung zu bekommen, tut gar nicht weh. Warum aber tust du es nicht? Weil dein Ego dir einredet, dass dieser Korb, diese Zurückweisung, dass wenn du jetzt da hingehst, bekommst du eine Zurückweisung. Und diese Zurückweisung wird wehtun und deswegen besser nicht. Und damit baust du dir die Angst vor der Angst. Und das ist entsprechend eine endlose Kette, die du dir damit baust. Also du, wenn dann dein Ansatz ist, das zu überwinden, das zu durchbrechen, dann ist das einfach so viel Energie, die du aufbringen musst, die von irgendwo her kommen muss, um diese Angst zu überwinden, jetzt dahin zu gehen. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wirst du dann, wenn du dahin gehst, wahnsinnig nervös sein. Was okay ist. Was dann nicht okay ist, ist, wenn du versuchst, das zu überspielen. Sondern, also wenn du das versuchst zu überspielen, dann stehst du nicht dazu, zu deiner Nervosität, nicht zu deiner Angst. Das macht dich unauthentisch und damit auch uncharismatisch. Und damit wirst du auch entsprechend dein Ziel nicht erreichen, diese Frau kennenzulernen. Oder generell Frauen kennenzulernen. Das heißt, wenn du nervös bist, dann steh dazu. Sprich lieber aus. Oh, ich bin wahnsinnig nervös, dich gerade anzusprechen. Wird dir viel, viel mehr helfen, als das in irgendeiner Weise zu überspielen und den Coolen zu tun. Der wir alle nicht sind. Niemand. Niemand. So. Die Angst, also Mut bedeutet entsprechend halt, trotz der Angst zu handeln. Aber das ist, wie gesagt, wahnsinnig viel Aufwand, wahnsinnig viel Energieaufwand. Der bessere Weg, der viel entspanntere, aber auch natürliche Weg, wenn du Bewusstseinszustände, Schrägstrich Emotionen verstehst, ist es. Aus dem kompletten Liebe. Aus dem kompletten Gegenteil von Angst zu handeln, nämlich der Liebe. Jetzt habe ich es nämlich schon da rein freudschisch versprochen. Das Gegenteil von Angst ist Liebe. Aber wieso? Wie kann das denn sein? Wie kann denn Angst das Gegenteil von Liebe sein? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil das Gegenteil von Angst ist Mut und das Gegenteil von Liebe ist Hass. Wirst du wahrscheinlich denken. Aber, wenn, also Mut erstmal, wenn wir uns das Wort Mut anschauen. Mut, das englische Wort für Mut ist Courage. Und das kommt aus dem lateinischen, oder das entsprechend hat den lateinischen Ursprung, den Wortursprung. Core und Core ist das Herz. Das heißt, es hat schon mal irgendwas mit Herz zu tun. Welche Emotionen verknüpfen wir mit dem Herz? Ah. Liebe. Okay, cool. Dann ist Liebe wahrscheinlich das Gegenteil von Angst. Aber das reicht dir wahrscheinlich noch nicht als Erklärung des Ganzen. Wenn wir uns das emotional anschauen. Liebe ist etwas, das dich öffnet. Das den Geist öffnet. Das dein Herz öffnet. Das Verbundenheit schafft. Wenn du in Liebe bist, dann spürst du eine Verbindung zu anderen Menschen. Dann möchtest du mit anderen Menschen deine Liebe, deine Freude teilen. Dann freust du dich mit anderen. Dann möchtest du gerne andere Menschen umarmen. Dann möchtest du die ganze Welt umarmen. Dann freust du dich für das Kind, das gerade ein Eis bekommen hat von seinen Eltern. Dann freust du dich über die Taube, die gerade ihr Nest baut. Dann freust du dich einfach über den Tag. Egal, welches Wetter es ist. Du freust dich darüber. Du liebst es. Gerade in diesem Moment zu sein. Angst hingegen. Also wenn Liebe öffnet, dann schließt Angst. Angst ist dann etwas, das trennt dich. Das isoliert. Das verschließt dein Herz. Das fördert auch Misstrauen. Das fördert Abneigung. Gegen andere. Das fördert, also Angst fördert dazu, dass du denkst, jemand anderes nimmt dir etwas weg. Mangelgedanken. Während Liebe zu Überfluss führt. Zu einem Überflussgedanken führt. Im Sinne von, es ist genug für alle da. Und es ist genug Zeit für alle. Wenn du aber das Gefühl hast, ich habe keine Zeit mehr und ich muss das jetzt erreichen. Was auch immer dein Ziel ist. Oder jemand nimmt mir gerade etwas weg. Oder die Welt ist gegen mich. Dann bist du in Angst. Dann bist du auch in Wut. Wenn du denkst, die Welt ist gegen mich. Und so weiter. Ähm, das führt zu Abwehrmechanismen, ähm, Isolation, habe ich schon genannt. Ähm, psychologisch. Liebe fördert dein Wachstum. Ähm, wenn du, wenn du in Liebe bist, wenn du dich selber liebst, das Leben liebst, dann möchtest du auch gerne zum Beispiel Dinge optimieren in deinem Leben. Dann machst du das, weil du, weil du, weil du Freude daran hast, dich, dich selbst zu verwirklichen. Wenn du aber in Angst lebst, dann hemmt das eher dein Wachstum. Und dann, wenn du in irgendeiner Weise in den Weg der Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, was es dann wird, ähm, gehst, dann ist es eher aus einem Zwang, aus einem Mangel heraus. Wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht mit x und 40 Jahren, jetzt nicht endlich das Thema mit den Frauen hinkriege, ja, dann wird das nie was. Ich muss das jetzt schaffen. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, das zu sagen und das zu glauben, dass du das jetzt schaffen musst, wenn du das vergleichst mit, alles gut, ich habe alle Zeit der Welt. Und da kommt auch der alte Spruch hinein, den ich auch schon ganz, ganz oft einfach im Podcast erwähnt habe. Endlose Geduld schafft sofortige Resultate. Wenn wir ungeduldig sind, dann haben wir entsprechend in irgendeiner Form, setzen wir uns selber einen Zeitdruck. Es muss jetzt klappen. Ich muss das jetzt haben. Und weil wir das jetzt haben müssen, bauen wir so einen Zwang, so einen Druck auf, dass wir alles, was wir jetzt haben wollen, abstoßen. Wir sind gar nicht in der Lage, kognitiv und emotional diese Sache überhaupt in unser Leben zu lassen. Wenn wir aber in Liebe sind und damit auch in der Geduld, bekommen wir sofortige Resultate. Dann werden wir plötzlich sehen und Karl Gustav Jung spricht da zum Beispiel dann auch von Synchronicitäten. Dann passieren einfach Dinge, die so augenscheinlich magisch sind, die wir einfach nicht erklären können. So während du vielleicht die ganze Zeit versucht hast, irgendwie dein Leben lang eine Freundin zu finden und du immer verzweifelter wurdest, hast du immer mehr gemerkt, dass sich Menschen und Frauen dann irgendwie von dir entfernen. Aber dann hattest du vielleicht mal eine Partnerin und plötzlich bist du entspannt und plötzlich siehst du all die Frauen, die plötzlich nett zu dir sind und sich auch dann in deine Nähe setzen und dann auch mit ihr Gespräche anfangen. Das ist die Antwort darauf, warum Frauen von dir nichts wissen wollen, in Anführungszeichen, wenn du Single bist, aber wenn du vergeben bist, hast du so viel Auswahl, dass du dir denkst, das ist doch alles hier eine reine Verarsche. Aber es ist eben genau der Grund, weil du nicht in Liebe bist vorher. Und ja, genau, also das ist erstmal psychologisch-emotionale Auswirkungen, aber auch biochemisch. Wenn du in der Liebe bist, dann beruhigst du dich, dann bist du entspannt, dann schlägt dein Herz nicht so schnell, dann bist du relaxed, dann bist du entspannt, weil du nicht die Gefahr überall siehst. Dann siehst du nicht überall irgendwie jemand, der dir was Böses will, jemand, der dich angreift und so weiter. Wenn du in Angst bist, siehst du eben genau das. Dann siehst du überall die Gefahr, dann siehst du überall jemanden, der dir was wegnehmen möchte. Den Parkplatz, die Freundin, den Job, das Land, was auch immer. Du siehst überall jemanden, der dir irgendetwas wegnehmen möchte. Und du kannst es auch mal so für dich selber überprüfen. Ich erinnere mich noch daran, als meine Ex-Freundin vor einigen Jahren sich einen kleinen Welpen geholt hat und wir dann mit ihm am Strand spazieren gegangen sind. Das erste Mal, als er dann auch vor die Tür konnte und so weiter, hatte er wahnsinnig Angst vor anderen großen Hunden. Und ich wollte ihn beschützen und habe ihn dann auf den Arm genommen. Und dann sagte die Frau mit dem großen Hund, oh, das ist nicht so gut. Lass ihn doch sich austoben. Ich weiß, du willst ihn beschützen, weil du ihn lieb hast. Aber das Beschützen ist doch eher eine Angsthaltung von dir. Und sie hatte so recht. Sie hatte so recht. Und das Gleiche kennst du vielleicht, wenn du Kinder hast. Wenn du ein Kind hast und du möchtest, dass dein Kind sich zu einem selbstbewussten Menschen entwickelt, dann wirst du es nicht die ganze Zeit vor irgendwelchen Gefahren beschützen. Sondern du willst natürlich nicht, dass sich dein Kind verletzt und irgendwelchen Schaden davon erleidet und auch nicht sein Herz gebrochen bekommt und so weiter. Aber genau das sorgt doch dafür. Das Freilassen, die Liebe sorgt doch genau dafür, dass das Kind Erfahrungen machen kann. Und sich selbst entdecken kann und herausfinden kann, wer er oder sie ist. Und Liebe fördert, Liebe verbindet, Liebe fördert kooperatives Verhalten, den Wunsch, anderen zu helfen, während Angst trennt. Angst sorgt dafür, dass wir anderen was wegnehmen wollen, dass wir denken, dass andere uns was wegnehmen. Es ist entsprechend nicht das kooperative Verhalten, es ist entsprechend genau das Gegenteil davon. So. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Und wie kommen wir jetzt aber in die Liebe? So, und das ist jetzt der große Knackpunkt für die Folge. Und das ist das, was ich unbedingt möchte, unbedingt wollte, dass du hörst. Und dazu eine kleine Frage, ein kleiner Test für dich. Ich möchte, dass du an die drei Personen denkst, die du am liebsten hast. Es können auch zwei sein, im besten Fall sind es drei, ist auch okay, wenn es vier sind. Denk mal an die drei Personen, an die drei Personen, die du am liebsten hast. Hast du? Hier ist die große Frage. War eine von diesen Personen du? Wenn nicht. Warum nicht? Wenn wir in der Liebe sein wollen, geht das nur über Selbstliebe. Wir müssen mit uns selber anfangen. Du kennst den alten Spruch, ausgeleierten Spruch von, wie soll jemand dich lieben, wenn du dich selber nicht liebst. So der alte Kalenderspruch. Der aber halt so wahr ist. Wenn wir uns nicht selber lieben können, können wir gar nicht wissen, was Liebe ist. All das, was wir glauben, was dann Liebe ist, was wir im Außen suchen zu bekommen, ist einfach nur blanke Abhängigkeit. Abhängigkeit dafür, dass die andere Person uns glücklich macht. Das ist die Suche nach dem Messias. Das ist die Suche danach, dass irgendjemand anderes, weil wir ja darauf programmiert sind, durch unsere Angst, dass unser Leben von außen kontrolliert wird. Also muss es auch im Außen jemanden geben, der uns glücklich macht. Wir suchen die ganze Zeit nach jemandem im Außen, der uns glücklich macht. Wie bescheuert ist denn das? Wenn wir alles, was wir brauchen, um glücklich zu sein, um Frieden zu haben, um Liebe zu empfinden, um Freiheit zu empfinden, um mit Freiheit zu leben, das alles haben wir jetzt schon in uns. Es gibt nichts im Außen, was du brauchst. Nichts. Nichts, was du dir kaufen kannst. Nichts, was du dir in deinen Körper schütten kannst. Nichts davon wird dich glücklich machen. Nichts davon wird dich erfüllen. Kein anderer Mensch. Keine Sache. Kein Geld der Welt wird dich glücklich machen, wenn du dich nicht selber schon glücklich fühlst. Wenn du dich nicht selber schon in der Liebe befindest. Und deswegen müssen wir bei Selbstliebe anfangen. Weil wenn ich, also schauen wir uns mal, was ist Selbstliebe? Um Selbstliebe zu verstehen, schauen wir uns mal an, was nicht Selbstliebe ist, sondern was das Gegenteil davon ist. Wenn ich Angst habe, kritisiert zu werden, dann bin ich wahrscheinlich jemand, der andere gerne kritisiert. Oder ich kritisiere mich selber. Ich habe diese Stimme in meinem Kopf, den inneren Kritiker, der mir ständig sagt, dass dies und das nicht gut ist. Dass ich dies und das jetzt nicht sagen sollte. Dass ich nicht gut genug bin. Wenn ich Angst habe, kritisiert zu werden, dann bin ich nicht in Liebe. Wenn ich mich selber kritisiere, dann bin ich nicht in Selbstliebe. Wenn ich mich selber lieben würde, dann würde ich mit einer ganz anderen Stimme zu mir sprechen. Von mir aus könnte der Abwasch seit sieben Tagen in der Spüle sich stapeln. Wenn ich mich selbst kritisiere, würde ich sagen, es ist ja kein Wunder, dass du so ein Faulpelz wie du, kein Wunder, dass du dich schon wieder nicht abgespült hast. Du kriegst einfach deinen Arsch nicht hoch. Schau dich mal an, wie versifft das hier aussieht. So redest du mit dir, wenn du nicht in Selbstliebe bist. Das ist Selbstkritik. Das ist absolut abwertend. Wenn du dich selbst lieben würdest und gleicher Abwasch, sieben Tage alt, dann würdest du wahrscheinlich etwas sagen wie, oh, lass uns mal den Abwaschgrad machen. Wir fühlen uns besser. Du weißt, wir fühlen uns besser, wenn wir das erledigt haben. Und es sieht dann einfach schöner aus hier. Das ist eine ganz andere Stimmung. Das ist auch eine ganz andere Stimmlage, in die ich automatisch gehe. Weil genau so würdest du doch auch mit einem vierjährigen Kind sprechen. Wenn du einen vierjährigen neben dir hast, dein vierjähriges Ich, du als Vierjähriger und dieser Vierjährige hat ein Eis in der Hand und dieses Eis fällt ihm plötzlich runter. Würdest du dann sagen, du Idiot, kannst du nicht besser aufpassen? Ich hoffe nicht. Weil dann müssen wir wo ganz anders ansetzen. Vielleicht hast du das von deinen Eltern gehört und du bist da immer noch wütend drüber. Wut. Stichwort. Wovor hast du Angst? Frag dich das mal. Hast du Angst, dass du genauso wirst wie die und entsprechend deine Angst mit der Wut auf die Welt projizierst und auf deine Eltern projizierst, weil du Angst hast, dass du genauso wirst wie deine Eltern. Falls das so ist, dann komm mal in die Flirtanalyse.de, dann schauen wir uns ganz genau an, was du tun kannst, was deine Schritte sind, um darüber hinaus zu wachsen, um das endlich loszulassen. Das muss nämlich nicht so sein und das geht sehr, sehr schnell, um in diesen Zustand zu kommen, um in diesen Zustand des Loslassens und der Vergebung zu kommen. Also wenn du das jetzt schon seit Jahren versuchst oder auch seit Jahren daran nagst, irgendwie deine Angst vor Zurückweisung, deine Angst vor deiner eigenen Größe zu überwinden, weil du Angst hast, irgendwie auf Frauen zuzugehen, dann gehört Analyse.de. Klicke auf den Link in der Beschreibung und dann gehen wir das an gemeinsam. Das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein, dass du darunter leidest. Du bist mehr wert als das. Aber zurück zum Thema. Andere Angst. Wenn ich Angst vor Ablehnung, zum Beispiel nehmen wir das nochmal, wo wir gerade darüber sprechen, wenn ich Angst vor Ablehnung habe, dann bin ich wahrscheinlich jemand, der sich selbst ablehnt, der Teile von sich selbst ablehnt, der vielleicht dann vorm Spiegel steht und sagt, Oh, ich sehe nicht gut genug aus. Oh, ich bin schon wieder ein bisschen zu dick geworden und die Hose passt auch nicht mehr. Oh, dieser Teil meiner Persönlichkeit ist auch absolut nicht liebenswert. Oder irgendwie sowas. Ich bin ja jemand, der einfach sehr schnell an die Decke geht oder sowas. Oder ich bin ja jemand, der XY macht und XY ist dann eine negative Charaktereigenschaft. Wenn du so mit dir redest, dann wirst du auch Angst vor Ablehnung haben. Wenn ich mich selber ablehne, dann werde ich auch Angst vor Ablehnung haben. Das ist entsprechend Selbstangst, wenn du so möchtest, wenn wir über Selbstliebe sprechen. Nächste Angst. Die Angst vorm Alleinsein. Wenn ich Angst vorm Alleinsein habe, dann bin ich wahrscheinlich jemand, der Menschen nicht so gut loslassen kann. Der nicht so gerne, der nicht gut sich verabschieden kann von Menschen aus seinem Leben. Der klammert, sich sofort an die erste Person klammert, die irgendwie in seinem Leben, die erste Frau klammert, die irgendwie nett zu ihm ist. Damit er bloß nicht alleine ist in seinem Leben. Wenn ich Angst vor dem Alleinsein habe, dann kann ich Menschen nicht loslassen. Nächste Angst oder größere Angst, um das nochmal auf ein größeres Level zu heben. Die Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod. Menschen sind 24-7. 365 Tage im Jahr. Sind die... Fasziniert, möchte ich sagen. Sind so occupied. Was ist das deutsche Wort? Okkupiert. Ist das ein deutsches Wort? Oder eine deutsche Entsprechung? Fasziniert vom Tod. 24-7. Beschäftigen sich mit nichts anderem als dem Tod, der jetzt bald kommt. Es ist... Und suchen dann nach Bestätigung in den Medien und in den Gesprächen mit Freunden und überall auf der Welt, dass die Welt schlecht ist und dass der Tod hinter jeder Ecke lauert. Und kaufen sich dann Versicherungen und was auch immer. Weil sie sich in irgendeiner Weise absichern wollen, falls etwas passiert. Falls der Tod kommt. Weil der jetzt auch gleich kommt. Und gerade im deutschsprachigen Raum geht man ins Krankenhaus. Beschäftigt sich mit dem Negativen. Ich gehe dann... Das ist ja auch kein Wunder. So Worte haben Bedeutung. Und dann gehe ich da hin und gehe ins Krankenhaus und zahle meine Krankenkasse ein. Anstatt ins Gesundheitssystem. Und setze nicht auf meine Gesundheit, sondern auf meine Krankheit. Und dann wundere ich mich, warum ich die ganze Zeit krank werde. Und überall von Krankheit umgeben bin. Und dass Krankheit etwas völlig Normales ist. Und das ist absolut absurd. Weil sich Menschen die ganze Zeit mit dem Tod beschäftigen. Weil sie Angst vor dem Tod haben. Weil Menschen Angst vor dem Tod haben, fangen sie nicht richtig an zu leben. Sie gehen keine Risiken ein. Wenn ich Angst vor dem Tod habe, dann gehe ich nicht auf die Frau zu. Die mir gerade das Herz schneller schlagen lässt. Weil ich Angst vor dem Tod habe. Weil ich Angst davor habe, dass irgendetwas, was ich nicht erahnen könnte, gleich passieren könnte. Weil überall Gefahr lauert. Jede Angst, die ich habe, ist im Prinzip die Angst vor dem Tod. Und die Angst vor dem Tod ist im Prinzip die Angst vor der Nicht-Existenz. Aber das würde ein philosophisches Konzept öffnen, das jetzt einfach den Rahmen sprengen würde. Also das ist entsprechend, da siehst du entsprechend das Gegenteil von Selbstliebe. Wenn ich Angst vor Dingen habe, dann habe ich Angst, oder dann tue ich diese Dinge, vor denen ich Angst habe, mit mir selber. Ja, wenn ich Angst vor Ablehnung habe, lehne ich Dinge in mir selber ab. Wenn ich Angst vor dem Tod habe, dann fange ich gar nicht an, richtig zu leben. Wenn ich Angst vor dem Alleinsein habe, dann kann ich Menschen nicht loslassen. Und so weiter. Das führt uns zu Selbstliebe. Selbstliebe zu lernen, führt zu Liebe generell. Ich muss bei mir selber anfangen. Ich muss mich selber lieben lernen. Jetzt sage ich eben, du darfst, du musst es gar nicht. Wenn du nicht möchtest. Aber wenn du Liebe erfahren möchtest in deinem Leben. Wenn du sehen möchtest, wie viele Frauen jetzt einfach auch schon gerne mit dir zusammen sein möchten. Und das werden immer, immer mehr, je mehr du in Liebe und Freude bist. Dann lade ich dich dazu ein, Selbstliebe zu lernen. Jetzt wirst du wahrscheinlich aber auch sagen, ja, aber das ist doch dann voll egoistisch, wenn ich jetzt dann die ganze Zeit an mich selbst denke. Und wenn ich dann irgendwie nur Dinge mache, um mich selbst zu lieben und so. Oder nur darauf achte, dass es mir gut geht. Und das ist halt ein bisschen kurz gedacht. Ich verstehe das. Ich verstehe das absolut, diesen Gedanken. Aber es ist ein bisschen kurz gedacht, weil das tust du nämlich ja jetzt auch schon. Du bist ja mit Angst und Wut und Verzweiflung und was auch immer und Depression und was auch immer. Da bist du ja schon extrem egoistisch. Weil es ist ja so, dass du, wer ist denn wütend? Und ich bin wütend auf dich, auf diese Umstände, was auch immer. Was halt aber auch nicht stimmt. So, wir sind immer nur wütend auf uns selber. Und ich habe Angst vor diesen Dingen. Und es ist eher so eine Sache von Selbstsucht, wenn wir in diesen negativen Emotionen sind von Angst und Wut. Es ist Selbstsucht im Sinne von, ich will mehr davon. Weil ich von mir selbst nicht genug kriege, weil ich mich da in irgendeiner Weise glaube, selbst zu spüren, werde ich süchtig danach, diese Emotionen zu spüren. Und in der Selbstliebe zu sein hingegen ist selbstermächtigend. Also, Angst ist selbstsüchtig und damit egoistisch, wenn du so möchtest. Und Liebe, Selbstliebe ist selbstermächtigend und damit egoistisch, wenn du so möchtest. Aber du musst halt bei dir selbst erst anfangen. Du musst bei dir selbst anfangen, weil es halt so von dir ausgeht. Wenn zwei Menschen, die mit der gleichen Sache konfrontiert sind, die, keine Ahnung, beide sprechen eine Frau an. Der eine ist in Angst und nimmt eine potenzielle Ablehnung von dieser Frau als wahnsinnig verletzend und ablehnend gegen sich selber wahr. Und das bestätigt seine Angst noch viel mehr, wie wir es gerade schon hatten. Und dann hast du auf der anderen Seite jemanden, der in der Selbstliebe ist und der freut sich einfach darüber, dass er die Nähe dieser Frau genießen kann. Er freut sich am Tag. Und diese eine Episode ist nach zwei Sekunden völlig vergessen. Während derjenige, der in der Angst ist, noch weiter daran nagt. Aber derjenige, der in der Selbstliebe ist, sieht alle Situationen, alle Möglichkeiten, die er hat. Und er sieht dann auch vielleicht, dass eine Ablehnung einfach nur jetzt eine Ablehnung ist. Und spricht sie einfach nochmal an. Und hat dann vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Ansatz dazu. Und plötzlich, und das ist keine Seltenheit, plötzlich reagiert die Frau mit einem großen Strahlen im Gesicht. Und die beiden unterhalten sich und gehen dann auf ein Date und so weiter. Also das sind Sachen, die du halt aber auch nur wahrnehmen kannst, wenn du selber siehst, dass du die Kontrolle hast über dein Leben. Dass du die Kontrolle über deine Emotionen und deine Wahrnehmung hast. Und nicht von außen. Dein Leben wird nicht von außen geleitet. Du bist nicht derjenige, der kontrolliert wird von außen. Du kontrollierst dich selber. Du bestimmst deine eigene Wahrnehmung. Und je mehr du dich selbst liebst, desto weniger spürst du diese Angst. Desto weniger bist du in der Kontrolle von irgendwelchen Nachrichten. Also im Sinne von Messages. Aber auch von den wortwörtlichen Nachrichten. Von anderen Mächten, Kräften auf dieser Welt. Von Menschen, die dich in irgendeiner Weise manipulieren oder kontrollieren wollen. Also Liebe ist ermächtigend, selbstermächtigend. Weil du spürst, dass alle Macht schon in dir ist. Du hast die Kontrolle darüber, wie du leben möchtest. Wie du dich entscheiden möchtest. Welche Reaktion du haben möchtest. Das hat, ähm, wo hab ich's? Um einfach mal gerade das Buch hervorzuholen. Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Aber, ähm, wenn er das schon schafft, ja, als Überlebender des Holocaust, wobei seine ganze Familie gestorben ist und entsprechend getötet wurde von den Nazis. Ähm, und er selber in der Selbstliebe bleiben kann und einen Sinn für all das Leid herausfinden kann. Und dadurch entsprechend auch festgestellt hat dazwischen, dass Reiz und Reaktion nicht unbedingt miteinander zusammenhängen und wir damit nicht der Spielball unserer Umstände sind. Wenn dieser jemand das herausfinden kann und dieser jemand in diesen Umständen das machen kann und herausfinden kann, dass zwischen Reiz und Reaktion immer noch das Tal oder die Lücke der Entscheidung liegt und wir uns entscheiden können, wie wir auf einen gewissen Reiz reagieren, dann kannst du das doch schon lange, hör mal. Dann bist du doch in einer Situation, vergleichbar mit ihm hier, wo du gar nicht dreimal drüber überlegen musst. Du hast eine Situation, vor der du Angst hast und diese Angst ist einfach nur eine Reaktion auf den Reiz und du gehst einfach zurück zu dem Reiz. Was ist da eine hübsche Frau? Okay, das löst einen Reiz in mir aus und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt in Angst oder in Liebe darauf reagieren möchte. Will ich weiter in Angst leben oder in Liebe? Und vielleicht hilft dir dazu, das Mantra, das ich dir am Anfang auch schon mitgegeben habe, um das nochmal zu wiederholen, das ist keine Gefahr für mich. Das ist keine Gefahr für mich. Alles, was dich triggert, alles, was dich emotional in irgendeiner Weise berührt, alles, was dich schwach fühlen lässt und dir das Gefühl gibt, dass du keine Kontrolle über dein Leben, über deine Umstände hast. Dass du der Spielball der Umstände bist, dass du der Spielball von Frauen bist, weil Frauen ja so und so sind. All das ist keine Gefahr für dich. Und dadurch wünsche ich dir, dass du mehr und mehr diese Angst verlierst. Komm in die Flirtanalyse, flirtanalyse.de, wir sprechen genau über deinen Fall, wir kennen dich, wir kennen dein Problem, wir machen das schon seit über 14 Jahren, 13 oder 14 Jahren. Und haben hunderten Männern genau wie dir schon geholfen, eine Partnerin zu finden oder endlich glücklicher Single zu sein, je nachdem, wie du es möchtest. Und alles ist völlig okay, denn alles ist nur der Prozess. Wir sind alles auf einer Reise und es ist vollkommen egal, wo du auf dieser Reise bist. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, ob du jetzt mit 45 noch Jungfrau bist, nie eine Partnerin hattest, nie eine Frau geküsst hast, ohne ob du schon zwei Ehen hinter dir hast und jetzt wieder von vorne starten möchtest. Vollkommen egal. Vollkommen egal. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Einziger Grund oder das Einzige, worauf du dich konzentrieren musst, ist, habe ich Angst davor, weiterhin alleine zu sein? Habe ich Angst davor, was andere von mir denken, weil ich jetzt schon so alt bin und jetzt erst den Weg gehe oder es immer noch nicht verstanden habe, wie das ganze Thema mit Beziehungen aussieht? Hast du Angst davor, möchtest du dich dafür entscheiden oder möchtest du dich für die Selbstliebe und für die Liebe entscheiden und sagen, jetzt gehen wir es an. Ich bin mehr wert, als alleine zu sein. Ich bin mehr wert, als das, was ich jetzt schon habe. Und ich wünsche dir, dass es der zweite Weg ist. Und wenn deine Reise zu uns führt, cool. Und wenn deine Reise nicht zu uns führt, auch cool. Ich hoffe, dass du die richtige Entscheidung triffst, für dich, wie auch immer sie aussieht und du ein erfülltes Leben führst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.